Hallöchen und herzlich willkommen Hi Zurich zu Zero to Hero auf der CD-Seite von Cobble Richtig mit Randy B A Tino Bei B da reicht A Ich bin's Wer geht mit A? Ich bin noch A Oh Gott, sollts mich pushen? Egal Achso Die geht in E B Nein Die kommen A, die kommen A, die kommen A, lange Mauer Ey, jetzt A Oh Gott, was ist das? Hier, schau deine Grenade Oh Gott Malte hinter dir Ja, drück mir wieder die rechten Headdy rein Ich bin voll gemein Ein Stück Malte Noch einer Einer kommt außen Tino Wie außen? Ja, da links außen Was hier? Ja, wo Randy gerade ist Da kommt nicht nur einer, da kommen drei Flushbank Jaa Einer ist noch unten Einer verbinden Freischuss, Leute Ich bin am Arsch Die verschieben zu einer, die verschieben zwei, die verschieben zu B Geh alles schonmal rüber Die verschieben zu B Und Muck zu B Fuck, ich hab doch geschossen Ich werde nicht durch Dropper gehen Die Blenden Die Blenden Nicht ein Treffer, Randy, oder? Doch, 16 Ah Also einer Einer Ja, ja Wen ist es einer? Ne Pistole, das ist schön Ding Das wäre auch die richtige dafür Scheiße Das ist jetzt Ding, ja Spassenshalber mal Tego Wie bitte? Pushst du mich Spassenshalber mal? Ja Ne Ja Oder soll ich dich pushen, wie du willst? Ne, ne fast schon Bin zu fett, ich komm nicht hoch Jetzt Das ist All man nicht Ich denke Oh nein 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 Titanic Au Die Bombe wurde geplant Komm mir Ich hab mal runtergesprungen, Malte. Äh... Boah, der hat ne Scout wieder. Wollte ich dir sagen können? Weißt du was, der hat ne Scout gehabt. Komm, abkauf. Was willst du kaufen? Ich kauf nicht. Ja, okay. Ach, kacke. Warum? Ja, weiß nicht. Werden wir mit jetzt nicht rechnen. Guck mal. Wir sind... Wir sind hier. Irgendwann B noch. Wieder einer hat gefressen, wie sonst was. Nur 16? Da war noch mehrere Hitze, aber schön, Malte. Die sind deswegen hab ich gekauft. Tino, die kommen zu dir. Da war auf jeden Fall einer mit der B90 da. Ja, ich weiß. Dürfen zwei Leute sein vor dir, Tino. Rechts. Einer hat 40 HP. Oder 30, oder? One guy at 40 HP. Speed. Oh 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 oh. Link ist er. Nummer etwa nicht. Der On-Spot hat nur noch 30 HP, Rendi. Das wüsste. Schön, Tino. Äh, Hundhütte, Hundhütte. Der muss, äh, Hundhütte wahrscheinlich. Ja. Schöner, Eddie. Nice. Nice, nice, nice. Hast du Kit? Ja. Nee, du hast da eins. Du hast da eins. Mach. Nein, hat er nicht. Ja, aber passt trotzdem. Wieso wird mir ein Kit angezeigt bei Rendi? Das heißt also, der Kuh ist. Achso, okay. Wie lange hast du das Stich? Ja. Hast du mir die P9 gegeben? Ja. Wer wollte das jetzt haben, Panja? Wer hat gesagt, wie lange hast du das Stich schon? Niemand. Wie lange hast du das Stich schon? Jetzt den Push bitte. Alles klar. Das ist so nice. Vielleicht probieren sie jetzt auch, nachdem sie auf B so gnadenlos verkackt haben. Na ja, gnadenlos verkackt. Ja, sie haben verkackt. Sag mal so. Ich hab aufgeräumt, ja. Ich hab aufgeräumt, ja. Du bist halt einfach der Kutz. Du bist halt einfach der Kutz. Ja, ich weiß. Oh, schade. Oh, Bombe down, Bombe down, Bombe down. Wo? Hier, unten. Da unten, genau. In der Mitte. Oh. Da war einer durch, Tino. Bei dir. Oh, hab ich... Da ist noch einer, links unten. I fuck you, Alter. Bitch, ass, P90, faggot. Was ist das jetzt? Was machen wir, Mac? Ich bin glücklich, dass er den noch mit den letzten erwischt hat, oder? Und er hat geblendet. Oh, das war ein Hit. Nice, der ist tot. Die Vulcan sieht auf jeden Fall gut aus. Dreimal der gleiche Sticker. Ja, das ist richtig hässlich. Das ist so riesig. Das lebt auf ne... Wer klebt auf ne Vulcan Sticker? Das ist ne StatRank Minimal Wear. Ist das nicht so ein... Ist das behindert? Ja, weil... Sind das nicht eigentlich die Dinger, wo die jetzt hier ISL immer spielen? Die haben doch da immer ihr Clan Logos dreistauten mal durch. Ja, aber... Das war ein Clan Logo. Ja, von Cloud9, oder? Cloud9. Irgendwas mit Cloud. Ja... Ja, Cloud9. Und die heißt Signify Osama Bin Laden. Nett. Also... Naja. Müsste jetzt nicht unbedingt sein. Das gibt Schlimmer. Ich glaube, es wird ein Leer. Throwing Flashbang. Deploying Flashbang. Ja, das stimmt. Ich hab vorhin... Gegen welche... Mit welchen gespielt. Die waren... Die waren in der Gruppe, dass ach ich für Volk 8 Nachtisch bin. Hm. Ja, jut. Das... Grenade out. Schmeig. Throwing Grenade. Schmeig. Ja. Hielst dich halt nicht interessiert, du kleine Missgestalt. Throwing Flashbang. Zählen oder so. Deploying Flashbang. Laying down. Stoke. Boah, was ist denn mit denen los? Bombe down, Leute. Glaube ich. Ja, ich hab direkt nen Handy gefressen. Nein. Doch, hab ich. Ja. Winsport sind drei. Hört sich, du hast ein traurloses Ohr drauf. Kommt Leimdang oder schießt dich. Der zwei von denen, die sind Flash-resistent. Also, denen macht das nichts jetzt. Was? Ja, das packe ich nicht. Egal was ich mach. Nein, nein. Das helft lieber. Guck mal lieber, dass die jetzt nicht dahin geraten können. Ja. Weide, 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 weide. Noch einer, noch einer, noch einer. Noch einer, noch einer. Nicht nach Land. Halt doch nicht raus. Das ist weird. Halt da das Magazin ist drin. War der tot? Nein. 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 Du hast... Ich bin zu schlecht. Sorry, Leute. Sanjo, kannst du... Vergiss es. Es ist so früh in seiner Zeit. Inno kann. Let's go, let's go. Inno kann aber. Ja, liegt doch. Nehm ja die M4 mit, Alter. Hab ich. Ja. Hab nichts gekriegt da. Oh, danke. Ich hab den M4 getroppt. Mehr geht nicht. Ja, richtig. Und die M4 hab ich aber nicht aufgenommen. Den hat Kings aufgenommen. Ah, einer konnte ich noch. Ach shit ey, ich war voll flash. Alle oder... Alle A lang? Drei A lang. Also lange Mauer. Ey, ey, ey. Geil. All guys A. Mit ner AWP, ne? Ich hab einen getötet. Drei Kater. Ja, ja. Ich bin. Und einer Randy. Ja, er guckt da natürlich direkt wieder hin. 24. Der steht immer noch hinterm Holz. Hinterm Holz. Hinterm Holz. Was würd ich dafür geben, dass du den durchs Holz abstehst? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und dann beschwerst du dich über mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte erst, aber dann ist der Typ so schnell gestorben. Neue Rungschaft in dieser Runde. Pro fördert. Oh Gott. Was ist gar nicht schön. Ahhhh Ah Ah Move it move it Get a bitch fuck up Oh Wenn die bleibt mal bitte ich hier. Wenn die so schaffst. Wo Tino? Lange Mauer. Komm durch oder? Nein aber ich weiß nicht wie viele es waren. Ich hab nur 84er Hit verteilt an den einen mit AWP. Muss da noch sein irgendwo. War der dort? Mhm. Einer nur noch ne? Ja die Granate hier gerade geworben bei Drohber. Der Gegner. Guck natürlich in die Pfoten Richtung. Ja ist natürlich richtig. Wo ist der? Da ist ein Dropper oben. 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 Ja oben. Also gerade eben war er noch oben. Ganz anders auch als mit seinen Magic Pfoten durch ein Unsplundes. Ist ja. Genau. Das war's. Er darf nur nicht blenden. Er darf nur nicht. Ja Mike. Angetäuscht. Nein. Doch nicht. Gibt's ja selten. Das war der den ich dem 84er gegeben habe. Warum staubt Mike immer ab? Mike. Wir sind schärf einfach. Noch künstlich in die Länge ziehen alle. Die da hin. Egal. Drop bitte. Danke. Pusche mich nochmal bitte. Ja. Danke. Danke. Ja. Kannst du mich pushen? Ne ne. Mh mh. Wir schieben gerade zu euch. Zu B. Ich glaube ich komme selber drüber. Boah. Vorbe oben an. Gehittet. Throwing a grenade. Boah. Ich bin noch nicht so Junge. Bist du beschwollend? Oh Gott. Vorbe oben immer noch. Kommt mit der Weh oder mit irgendwas in der Richtung. Alter so oben. Wollt ihr wollt? Der Dropper runter, oder? Ja. Tino, schnell! Tino, schnell! Alts! Connecter ist der. Du hast schon der sich halt. Aber hinten, Hunde. Hunde, zwei, eine Scheiße, ey. Ich schaffe ihn nicht mehr. Egal, kann ich kaufen. Eiii, okay. Ja, danke. Ja, kann ich auch. Pum, 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 Pum. Kallikum-Kallikum-Kallikum. Leinen Strom! Grenade! Flashbang! Deploying! Wir sind wieder Richtung B unterwegs gewesen. OPPO-Rippen angehittet. Ich bin schon so weit. Wir sind die. Habt ihr den? Und wer ist das wir? All. Lest. Ja. Leute, sagt, was an. Wo sind die? Halter B. Ok, ja. Haben wir aber. Hm, das ist glaube ich auch das Beste. An der Tür. Der ist nicht so... Ja, dreht sich halt immer und gibt den Eddy. Ja, 78 in 3 drücke ich ihm noch. Der war halt einfach komplett schlecht von mir, dass ich ihn nicht getötet hab. Da unten ist einer am Tor-Botor. Ich kann halt nur P90 spielen, was anderes kann ich. Ja. Wirklich so. Was die können, kann ich auch. Ich brauche EQ. Hm, lass mal eine EQ machen, das bringt uns nichts. Nicht bei 1212, das ist schwul. Das ist so cool, sagts. Naja, das siehst du doch, oder? Hast ja genug Pfeil. Ja, du hast die auch gekauft. Nicht denken. Wieso haben wir mit 2000 kaufen? Oder 1200. Ah. Warte ich noch wieder was. Also, war noch nicht, dass wir ein paar Leute sind. Hm. Hm. Schön Mike. Wurden wir dran bei Mike. Oh, da war einer. Tino, da war schon wieder einer bei dir durch. Und Spot A. Was? Die sind bei dir durchgekommen. Wie, bei mir einer durch. Bei mir ist keiner durch. Hallo. Doch, die sind bei langer Gang sind die durch. Aber hinter dir, durch die Mitte sind sie da durch. Mitte, langer Gang. Die kommen von A. Rennen die. Schön. Lächerlich. Da ist gleich die. Oh. Wo ist der? Danke, Panjo. Vielen Dank, Panjo. Kein Problem. Wieso seid ihr von der Bombe weg? Weil der in Dropper ist. Ich wollte weggesprengen, sagen wir mal. Hast du schon? Ja, der ist auf B drauf schon. Der Tenning kommt ja jetzt. Sorry, Randy. Ja, das playst jetzt auch nicht mehr. Verkackt ist verkackt. Brauchst du was durch das Kaufen? Ne, das kannst du gleich stecken lassen, Junge. Ball ist. Ich frage mich bloß, warum? Ja, weil ich dachte, dass der da rumläuft. Der war doch hinter dir. Und dann bist du durch Dropper abgehauen. Und dann dachtest du, dass das rauskommt. Dann hab ich nicht gesehen, dass du schon so weit vorne warst. Der flucht die Granate halt schon. Der Tino zieh ich zurück, die haben eine AWP. Zieh ich zurück, hinter eine AWP. Hatten. Da war näher als nur einer. Okay, Hatten. Ja, bist du mit? Ja, ich hab geschmockt. Hm. Bewege ich mich mal freundlicherweise. Ich weiß nicht, der hat sich auf jeden Fall umgebracht. Ich hab gut zugemacht hier. Ja, der hat sich auch umgebracht. Der konnte aber mit dem Stress nicht mehr leben gegen dich spielen zu müssen. Ja, das ist wirklich Stress, Alter, teilweise. Deploying Flashbang. Komm du, Beach, komm her. Komm her zu mir, du Beach. Dommel Titanic. Boah, schon wieder eine scheiß P90. Der hängt oben. Wo denn, da unten? Ja, der unten im Gang, links. Ja, kann ich schwer erklären. Wenn du hoch gehst. Jetzt ist er links, wo ich bin? Nee, rechts von dir, genau. Und dann hockt er dann oben links. Rechts von dir. Rechts von dir. Da oben links in der Ecke. Da. Ich bin sehr glücklich in die Tante. Ich wusste nicht, dass man da überhaupt hocken kann. Ich bin in der Instant-Headie von dem. Ich bin in der Instant-Headie von dem. ich bin in der Maske auf der Spielwelt. Ich bin in der Mitte. Ja, ich kann ihn verstehen. Mit der Ende? Tino will ich mit einer Seite anruft. Oah, er gerückt mich durch. Nein! Nicht weit gerusht! Oah, Mann! Ja, wir sind schon unten durch. Haben wir jetzt eine Waffe gleich. Ich hab's echt vergessen ey, wie sie einen einfach durch die Tür aufgedrückt haben wieder. Sind A Leute, die gehen auf A ne? Ja, wenn ich hier drunter das gleiche mache, ist das kein Wunder. Dumm von mir. Oh Gott, den wollt ihr gar nicht töten, aber naja. Hohoho, nice legs. Ich versteh's nicht. What? Haben die angemattet, der hat komisch geruckelt da gerade ey. Ja, der Gremlin ruckelt generell schon sehr auf. Dass dich ist, meint man. Der Gremlin, der hat jetzt gerade ziemlich komische Aktionen gemacht, ne? Naja, sah ein bisschen wirklich sehr komisch aus. Geh ins Klo. Der ist ein Level 70er Steam Profil, ne? Ja. Ist so geil auf dem Scheißhaus. Ja gut, was soll uns das sagen? Das ist ein Russe. 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 Leute, ich zieh's gleich ein ey. Wir müssen erst mal bitte Latte machen jetzt, ja. Hm. Dann ziehst du dir gleich eine Blasenschwelle? Ja, ich muss übelst haben ey. Da gibt's was für ein Razzio fahren. Tino, ich bleib mal defensiv bitte. Ich kann, ich hab noch ne, äh, Dings. 5-7. Kann da nicht halten in der Mitte. Wenn sie nicht hier lang kommen. Und ne Stats hast du, Malte. Was ist? Ja, ne. Dünne Stats hast du. Ja, 3 Sits mehrst du. Trotzdem viel weniger. Die werden wieder A kommen. Geht von aus. Unterstützt euch mit unten. Ich hab oben gesmoged. Oh Gott. Rapper oben ist einer. Okay. Lassen können. Ja. Ja. Der hat doch definitiv an, dieser Spastialer. Ober drinnen, Kontras. Die sind auf B Tino alle. Erzähl dann, ich hab hier Steps. Ja, das sind deine. Hm. Ah, Tekko links. Warte auf mich Tekko, warte auf mich. Kriegt noch eine AW-Führung. Ja. Brauch keine scheiß AWE. Alter hat sich grad nur ne Waffe geschossen. Oh, ist mir geschritten. Ja. Gegen mir kann's losgehen. Gegen mir kann's nicht losgehen. Wir müssen warten. Bedroht. Oben auf Dropper. Stopp. Ich versuchte zu defusen. Ich hab keinen Kit. Ich hab keinen Kit. Wir müssen. Ein Kit. Ja, natürlich nicht nur. Oh, danke. Kannst du irgendeine SMG nehmen, Malte? Ich hab eine SMG. Wir rushen unten raus, okay? Bitte. Let's get this done. Wing geht über studieren. Die werden da... Laufen meistens schon oben durch dann. Starke Flash Mic, aber ansonsten... Ja, kannst du vergessen nicht. Die schießen ja schon wieder rein. Das wollen wir noch gesichert, ja. Ich hab zu viel ausgeteilt. Ich hab ziemlich alles gegeben. Ist aber eine Awe, ne? Nämlich alle haben einen kritziger Hit von mir gekriegt. Sind auch viel schon drauf. Nice, Randy. Komm, hol die weg, ey. Hinten Malte. Bomb has been planted. Also B. B, B, B. Geh nicht droppe, geh nicht droppe. Jetzt lasst euch nicht ganz so lang feiern. Da war einer. Da war keiner. Doch. Hab dich doch richtig gesehen. Und... Zu zweit stehen die Titanic. Hinten Malte. Von Dropper. Hey, vor mir. Von hinter mir. 55. Jetzt soll ich schon ohne... Ey, sag mal Leute, wie lange geht die Runde schon, ey? Ohne Miss-Sets. Äh, 27 Minuten. Wie lange? Ich mach' einen 4-Runde, ich weiß noch. Eh, letzte Runde. Move it, move it. Brush mit unten raus. Nee, nee, nee. Lass das. Die Schnee hat immer zu fünft oder sowas. Hier, weil einer gammelt sich vor B. Throw in Flashbang. Ich komm' runter Randy, ich komm' runter. Mhm. Ego, wie sieht's aus? Keine Ahnung, ich seh' hier noch nichts. Ich lauf' mal durch den Smoke durch. Deploying Flashbang. Seh' hier nichts. Dürfen VB sein. Pass auf, dass sie da nicht... Naja. Mach' leise. Oberflash. Die haben mich auch wieder weggeholt. Da hab' ich gesagt, scheiß P90 flägt jetzt immer. Ja, natürlich. Es ist immer dasselbe mit der P90, ey. Äh, ist in realer Pan hier, ne? Unten auch noch. Nice. Oh, Mike, ey. Guck mal der Flash. Du weißt, wo du bist, ist das Problem. Throw in Flashbang. Wahrscheinlich Hundhütte oder sowas. Ja, Hundhütte. AWP. Schon mal ganz gut für euch. Oh. Hat hits. Ach, scheiße. Du hast keinen Kill. Du musst also irgendwas machen jetzt, ne? Du musst ihn töten. Oh, nein. Links. Schön. Nice. Oh, das können... Nee, das wird nichts mehr. Packst er. Nee, schaffst er nicht. Packt er. Nein, wird nichts. Oh, nein. Das ist so ärgerlich. Weiße. Weiße. Da hab ich ne Kiste gekriegt. Don't be Loser, buy defuser. Na gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einmal in die Videobeschreibung. Däumchen da lassen. Und wir sind's in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.